Liebe Freunde, das Motto der Ministerpräsidentenkonferenz scheint aktuell immer noch unter diesem Motto von Martin Schulz hier aus dem Jahre 2016 zu stehen, wo er sagte, was die Flüchtlinge uns bringen ist wertvoller als Gold. Denn die Bild titelt hier zum Ergebnis dieser illustren Runde heiße Luftgipfel kein Ergebnis gegen illegale Zuwanderung. Da werden wir gleich reinschauen. Wir schauen uns an, was sagt denn die AfD zu diesem Ministerpräsidentenkonferenz? Die war ja nicht eingeladen. Und ganz am Ende schauen wir uns mal die Statistiken an. Was hat uns denn diese Masseneinwanderung bisher so beschert? Aber wir starten mal ganz vorne hier beim heißen Luftgipfel. Da kam, wie ich schon erwartet habe, nichts raus. Ich war echt schon am überlegen, soll ich vor dem Gipfel mal ein Video machen zu dem Ganzen und das mit euch besprechen. Aber da habe ich gedacht, was hat das für einen Sinn? Wir warten auf das Ergebnis. Denn was da alles im Vorfeld gefordert wurde, war ja im Endeffekt klar, dass am Ende nichts dabei rauskommt. Und jetzt schauen wir mal, hier steht es auch schon. Kein Wumms, aber viel Blabla. So wird Deutschland die illegale Migration nicht in den Griff kriegen. Naja, es gibt da ja so einen Österreicher, auch einen Namensvetter von mir, auch einen Martin, auch S-Punkt, sage ich mal. Der hat gewisse Lösungen. Vielleicht sollte die Ministerpräsidentenkonferenz den guten Mann beim nächsten Mal einfach mal einladen, anstatt hier unseren vergesslichen Bundeskanzler. Denn das Ganze dauerte nicht mal zwei Stunden und blieb ohne konkrete Ereignisse. Jetzt frage ich mich, Leute, wirklich ernsthaft. Die illegale Migration nach Deutschland, nach Europa ist ein Riesenthema, belastet die Sozialsysteme, belastet den Zusammenhalt der Gesellschaft. Denn die Spaltung in der Hinsicht ist richtig tief mittlerweile und wird von Tag zu Tag tiefer. Wenn uns da auch ständig solche, ja, grandiosen Meldungen wie aktuell da aus Wien, wo da sehr viele schwere Verbrechen an jungen Mädchen da stattgefunden haben und rauskommen. Brutalste, widerlichste Verbrechen wurden da an wirklich jungen, teilweise zwölfjährigen Mädchen, ja, durchgeführt. Und das haut natürlich richtig rein in die Gesellschaft. Da werden doch schon ein oder andere wach und sagen, so kann es nicht weitergehen. Und dementsprechend sind zwei Stunden für so ein Thema hier bei so einer wichtigen Sache und dann kommt da kein Ergebnis raus. Es heißt also weiter so, liebe Altparteien, ihr wollt wirklich weiter so machen mit den bösen Ergebnissen, die wir schon da haben. Ja, der Herr Söder meldet sich zu Wort. Das muss man immer aufpassen, wie man den guten Mann nennt. Der mag das nicht so. Und ja, auf jeden Fall, der hat nichts Neues gebracht. Ja, hätte ich ihm vorher sagen können. Auch der Wüst von der CDU. Also CDU, CSU im Endeffekt beschweren sich, dass nichts bei rumkam. Da frage ich mich, haben die etwa vergessen, wer die ganze Sache hier initiiert hat, 2015, wo die Dämme gebrochen sind, sage ich mal, war doch die große Mutter Merkel von der CDU. Und die CSU hat damals schon darunter, wie hieß der, Stoiber oder Seehofer, der da immer gesagt hat, ich packe die alle im Bus und fahre die nach Berlin zum Kanzleramt. Auch nur heiße Luft, was da von der CSU kam. Das war alles nur Blabla für die Presse. Es kam nie was dabei rum. Die CDU, CSU hat in der ganzen Sache, außer das Ganze noch zu befördern, nichts gemacht. Die haben nichts dagegen gemacht. Leute, merkt euch das bitte bei der nächsten Wahl. Ja, Beispiel wird ja angesprochen, Asylverfahren in Drittstaaten. Beispiel Obergrenze, der totale Schwachsinn. Wir brauchen keine Obergrenze. Im Endeffekt muss es in die andere Richtung gehen, weil wir schon viel zu viel da haben. Wir können das nicht mehr handeln. Die Wohnungen reichen nicht aus. Die Sozialkassen sind leer. Also was soll man da noch über irgendwelche Obergrenzen sprechen? Es ist, wenn ein Fass voll ist, läuft es über. Also da geht nicht noch mehr rein. Ja, und dann die Bezahlkarten für Flüchtlinge. Leute, ich habe mittlerweile eine Playlist, wo ich jetzt explizit schon zigmal darauf hingewiesen habe, dass die einmal nichts bringen, weil die Flüchtlinge da sogar schon ein System für haben, wie sie das Ganze umgehen können. Hier könnt ihr euch angucken. Das Video habe ich gemacht. Da seht ihr dann auch, wie die bereits etablierten Clan-Strukturen an dieser Bezahlkarte ein Millionengeschäft machen werden. Das ist sicher. Dann kommt die Bezahlkarte, ist ja schon im Gespräch, auch für Bürgergeldempfänger zum Beispiel. Auch dazu habe ich ein Video gemacht. Also die Bezahlkarte, das Einzige, was die machen wird, ist, die wird uns auf lange Zeit auch in die digitale Gefangenschaft reinversetzen. Aber das ist einfach mal ein anderes Thema. Wie gesagt, zu der Bezahlkarte schaut euch bitte meine Videos an. Die ist brandgefährlich. Was sagt die AfD zu dem Ganzen? Ja, ich habe euch das hier mal der Vollständigkeit halber auch mit in dieses Video reingepackt. Ihr solltet vielleicht auf Pause machen und euch das durchlesen. Denn im Endeffekt ist es das Gleiche, was ich gerade alles schon so erzählt habe. Ich möchte mich da gar nicht großartig wiederholen und euch da langweilen oder so. Wie gesagt, hier, wir brauchen keinen PA-Gipfel, haben sie gesagt. Und es muss endlich gehandelt werden. Die Poolfaktoren müssen natürlich weg. Und da würde ich sagen, anstatt einer Bezahlkarte einfach nur Sachleistung. Du brauchst eine neue Hose hier. Und dann würde ich auch keine Neuware rausgeben. Warum? Wenn man gute gebrauchte Sachen, Kleidung und so, denen zur Verfügung stellt, dann ist das doch gut. Wenn ich aus dem Kriegsgebiet komme, wo ich nichts habe und komme dann in ein Land, wo ich vernünftige gebrauchte Secondhand-Sachen bekomme, ist da nichts gegen einzuwenden. Und dann hier Aufenthalt und Einbürgerung muss natürlich verändert werden. Und naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist ja so ähnlich, wie ich erzählt habe. Aber ich möchte nämlich jetzt hier zu den Auswirkungen dieser ganzen Masseneinwanderung kommen. Und da hat die Seite Nios hier oder das Medienunternehmen Nios hier eine sehr, sehr gute Analyse rausgehauen. Das wollte ich mal mit euch durchgucken. Schaut euch öfter mal Nios an. Das ist definitiv besser wie die Bild-Zeitung. Und die schreiben hier, der demografische Wandel in Deutschland vollzieht sich rasant. Die Gesellschaft wird immer älter, doch parallel dazu zeigt sich auch eine ganz andere Entwicklung. Unter jungen Leuten gibt es immer mehr Männer. Ihr Anteil gegenüber Frauen überwiegt deutlich. Woran liegt das, wird jetzt hier gefragt. Und dann wird hier erst mal erzählt, naja, das ist eigentlich schon relativ natürlich, dass immer mehr Jungs geboren werden als Mädchen. Das ist eigentlich normal. Aber die letzte Zeit wurde diese Entwicklung natürlich noch etwas beschleunigt durch die Zuwanderung. Und hier schreiben ja auch schon unerwähnt, bleibt bei der ganzen Diskussion die Masseneinwanderung, die sich seit mittlerweile über einem Jahrzehnt ungebremst fortsetzt. Und wir haben gerade gesehen, die Ministerpräsidentenkonferenz wird das nicht ändern. Auch die nächste nicht. Und auch die in zehn Jahren nicht. Nicht, wenn wir die Altparteien da nicht endlich aus der Regierung raus haben. Und das sehe ich leider aktuell noch nicht so. Weiter geht es hier im Text. So kamen seit 2010 stets mehr Menschen nach Deutschland, als aus Deutschland weggezogen sind. Doch wer kommt nach Deutschland? Vorrangig handelt es sich um junge Männer. Eine beinahe Parität gibt es nur bei den unter 0, unter 0 geht ja nicht, bei den 0 bis 15-Jährigen. Ansonsten dominieren in der Alterskategorie der Asylzuwanderung die Männer deutlich. Und NIOS errechnet die Gesamtzahl der Zuwanderung seit 2015 bei den unter 30-Jährigen und bei den 18- bis 25-Jährigen. Und hat dann jetzt hier diese Statistik veröffentlicht. Und da sieht man, dass bei den Asylanträgen von den Zuwanderern hier deutlich die Männer dominieren. Und bei den Jüngeren ist das Verhältnis nochmal krasser. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Denn die männlich geprägte Masseneinwanderung wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Ein Politwechsel ist bislang nicht abzusehen. Genau das habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, dann geht es hier ein bisschen weiter mit Junge Frauen verlassen Ostdeutschland. Die haben hier umfangreich recherchiert. Ich habe euch das unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Und dann gibt es dann auch schon warnende Stimmen. Zum Beispiel der Soziologe Armin Nassehi warnte frühzeitig vor der Maskulinisierung des öffentlichen Raumes. Die Folgen eines Männerüberschusses für die Gesellschaft dürfen in der gesamten Bundesrepublik dramatisch sein. Selbst der linke Soziologe Armin Nassehi, ich meine unabhängig von der politischen Richtung an dem Namen her, dürfte er ja eigentlich schon kein rechter Hetzer sein, warnte bereits im Oktober 2015 in der Welt angesichts der Asylkrise vor einer Maskulinisierung des öffentlichen Raums. Nassehi führte aus, wer die Energie junger Männer nicht zu bündeln und zu kanalisieren weiß, erzeugt ein hohes Konfliktpotenzial. Zumal, wenn diese jungen Männer in patriarchischen Traditionen groß geworden sind, wer von diesen kulturellen Differenzen die Augen verschließt, wird das Risiko von Segregation eingehen und beschwört die Gefahr von Kulturkonflikten hervor. Heutzutage könnte man sagen, der Mann war wahrscheinlich ein Prophet, der hat es da, glaube ich, den Nagel auf den Kopf getroffen. Und damals wurde er für diese Aussagen im eigenen Milieu massiv angefeindet, wenngleich die Realität ihm natürlich recht gab. Wer sehen will, wie sich Deutschland verändert hat, muss lediglich die Fußgängerzonen ablaufen. Ja, so sieht es aus. Er hat also recht gehabt. Dann gibt es hier noch jemanden, der sagt, wo es zu vielen jungen Männern gibt, wird getötet. Und auch leider, das sehen wir ja aktuell jeden Tag, wenn wir in die Zeitungen gucken. Selbst die Mainstream-Medien können das Ganze ja nicht mehr verschweigen. Und so auch der verstorbene Bevölkerungsforscher Gunnar Heinzson schlug in eine ähnliche Kerbe und warnte vor der Islamisierung und einem Leistungsabfall der deutschen Gesellschaft, wo es zu viele junge Männer gibt, wird getötet, lautete seine 2003 populär gewordene These im Buch Söhne und Weltmacht. Ja, also auch der Mann hat sehr frühzeitig erkannt. Es ist ja jetzt auch schon dann 21 Jahre her, wo er diese Aussage getätigt hat. Und im Endeffekt ist es ja so. Und die Islamisierung, ich habe ja auch hier ein Video, wo es jetzt in Frankfurt am Main dazu kommt, dass da schon Ramadanbeleuchtung aufgehangen wird, wo doch in den Mainstream-Medien und von den linksgrünen Altparteien-Politikern immer gesagt wird, wir dürfen unser Weihnachtsfest nicht mehr so feiern oder wir sollen es nicht mehr so feiern, wie wir es gefeiert haben, weil wir ja andere Kulturen damit beleidigen oder ausschließen würden. Wir sollten es Lichterfest nennen oder keine Jahresendfest oder welche perversen Namen, die sich für unser Weihnachtsfest schon ausgedacht haben. Aber jetzt kommt die Ramadanbeleuchtung in Frankfurt am Main. Und das ist auf einmal ein Zeichen für Zusammenhalt, für, ja, was weiß ich auch immer. Schaut euch das Video an, ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall haben wir es jetzt anhand von Daten und Fakten gesehen, wozu uns diese ganze, ja, Einwanderung, Migration geführt hat. Und da können wir ja nochmal hier unseren guten Martin Schulz zum Ende nochmal reinholen. Und dann kann ich euch vielleicht auch fragen, was meint ihr? Kam wertvolleres als Gold in unser Leben? Wurden wir bereichert? Oder hat uns das Ganze eher geschadet? Bei den Kommentaren, bitte passt auf, es wurde jetzt schon öfter geschrieben, meine Kommentare wurden nicht veröffentlicht. Ich zensiere in der Regel überhaupt nichts unter meinen Kommentaren. Ich lasse da auch kritische Sachen stehen. Es ist leider YouTube, die gewisse Sachen überhaupt gar nicht erst in den Kommentarbereich hineinlassen. Das ist ähnlich wie bei meinen Videos. Wenn ich falsche Worte sage, kriege ich sofort angezeigt, dein Video ist eingeschränkt. Und dementsprechend schränken die hier auch die Kommentarbereiche ein. Also versuche das ein bisschen gut auszudrücken, so zu formulieren, sodass diese perverse KI da nichts gegen auszusetzen hat. Es ist nun mal leider Fakt. Wir werden massiv zensiert. Die Meinungsfreiheit wird massiv eingeschränkt. Aber unsere Politiker der Altparteien erzählen uns, wir würden im besten und freisten Deutschland aller Zeiten leben. Ja, solche Aussagen von den Politikern finde ich brandgefährlich. Denn die Menschen, die nicht ganz ihren Verstand verloren haben, merken doch, dass man da an der Nase herumgeführt wird. Und dann brauchen die sich über Wutbürger überhaupt nicht mehr wundern. Aber, liebe Freunde, teilt gerne das Video, damit auch alle anderen Leute in Deutschland sehen, dass unsere sogenannte Regierung, die Altparteien, absolut nicht handeln in der ganzen Krise. Wir müssen aufzeigen, welche gravierenden Folgen diese Sache in unserem Land bis jetzt schon gemacht hat. Anhand der demografischen Daten ja sehr gut nachweisbar. Es muss einfach in die Köpfe der Bevölkerung rein. Und bei den nächsten Wahlen muss halt anders gewählt werden. Sonst gibt es immer nur noch heiße Luftgipfel, die am Ende nichts bewirken, außer ein Weiter-so. Und täglich kommen mehr. Gebt dem Video gerne noch einen Daumen nach oben, das ist gut für den Algorithmus. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Immer dran denken, die Glocke aktivieren, damit ihr dann auch die Videos angezeigt bekommt. Und ich sage dann, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.